Hallo YouTube! Oh Gott, oh Gott, hier schreit's schon wieder. Wunderschönen guten Abend und beziehungsweise wunderschönes Hallo zusammen. Wir sind hier mal wieder bei FoxNox unterwegs, also hier bei den Forrest und so, ne? Ihr kennt die üblichen Verdächtigen. Und zwar ist heute mit dabei der Jupp. Ja, ja, das ist gerade ein bisschen kompliziert, warte. Ja, dann ist mit dabei die Doni. Ah, wir haben, wir haben hier einen, einen Alligator. Bleib doch stehen, du dumme Sau. Ich mach den gerade breit, ich mach den gerade fertig. Oh Gott, oh Gott, es gewittert noch dazu. Wo ist er hin? Wo ist er? Oh, sie ist so dunkel. Ach, hier ist er. Aua, du Mensch. Jetzt aber. Oh, ich hab den Alligator gefangen, hat sie tot gemacht. Und nicht zu vergessen, dann haben wir noch unsere... Hey, wer bist du heute? Die Frau Eilig? Ich bin heute Frau Eilig. Ja, dann haben wir die Frau Eilig noch mit dabei, die versucht ihr Paket auszuliefern. Ich hab eine Nackerte gefunden. Was für Dinger? Ich find's nicht. Eine Nackerte. Warte, 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 was für ein Ding? So, Nacktchen. Warte, ich helfe dir, wo bist du? Toni, ich komm mit dir zu Hilfe. Äh, ja, mein Tücher. Na, nacktchen. Ola, du, haben wir. Haben wir, oh Gott. Hallo, sie ist aber auch, Mensch. Da ist ja schon wieder so komisch, da. Ich hab ne Lampe auf dem Kopf, aber. Genau, mach, Britta, das Ding. Wo? Wo ist er? Ah, hier. Na, mach. Unglaublich. 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 So, dir werden wir's zeigen, Junge. Immer. Reine dir. Das ist mein Territitorium. Ja, so. Was für ein Ding? Territitorium. Territitorium. Alles klar. Äh, haben wir vielleicht irgendwo ein Feuer? Es ist kalt. Da ist ja schon wieder ne Nackte. Mein Gott, was ist denn hier los? Weißen von euch sind hier der Frauenmagnet. Hat, hat hier irgendjemand ein FKK-Schild aufgestellt? Ähm, warte mal, ich glaub, die sind wegen mir da. So, Mädels, wo wollen wir denn anfangen? Wo wollen wir fahren? Komm doch, komm doch her, rennt doch nicht weg. Ich bin der Groben. Hallo. Ich will nur kuscheln. Oh, oh, da kommt ihr Freund. Oh, oh, das ist gar nicht gut. Ähm. Äh, Hilfe. Äh, Hilfe. Hilfe. Hallo. Oh, es ist aber auch zackenduster hier. Unglaublich. So, jetzt aber. Gut. Weiß ja. Hallo. Oh, oh. Ist ja. Ja, jetzt aber. Die sind aber. Ist unglaublich. Mit dir. Nick. Geh. Unglaublich. Immer rein, Idioka. Unglaublich. Boah. So, alle mitnehmen. Alle Feuer schmeißen. Was ist denn mit denen? Nicht in Ordnung. Haben die Kinder heben oder was? Ist das ja. Gut, gut, gut. Das ist ja, wir müssen hier unbedingt, wir müssen jetzt unbedingt gleich Bäume fällen. Und da, meine lieben Zuschauer, wenn das funktioniert, habe ich die phänomenale Technik, um Bäume zu fällen. Ja, warte mal, wo ist denn hier? Ach, hier ist es. Ja, das ist voll. Nee, das ist ausgemacht. Warte. Ja. Machen wir wieder an. Entschuldigung, ich musste pipi. Unglaublich. So. Hier, wo haben wir Bäume? Die sind ja alle da rein. Ich meine, ich weiß nicht. Jetzt weiß ich, warum die alle hierher kommen. Wir haben ja heute direkt neben so einem komischen Dorf gebaut. Ja, habe ich doch letztes Mal gesagt, aber es hat ja keinen interessiert. Unglaublich. Dann sollten wir vielleicht die ganzen Dinger, die ringsherum stehen, mit Pfeilen versehen. Ja, warte mal, wo haben wir jetzt hier Bäume? Möchte sich irgendjemand dieses Spektakel live und in Farbe ansehen? Damit sie das wohl sehen. Es wird so toll, ich hoffe, das funktioniert. Ach, du glaubst es nicht. Was hast du denn? Ähm, ähm, naja, also, ähm, bro, das ist in der 2? Ja, du ziehst die Scheiße aber auch an. Äh, na, danke. Also, pass auf, äh, nee, äh, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da nicht. Gut, äh, grüß dich, komm mit. Ja, ach so. Ähm, ich geh erst mal was essen, ich hab Hunger. Ich, äh, fall nimm schlauen vor, vor Hunger. Ich hab das hier, Volatow. Es ist unglaublich, irgendwie ziehen wir das wirklich mal. Pani, Pilze sind nicht, Pilze sind nie gut. Meine Lieben, haltet euch dran, niemals Pilze essen. Außer ihr wisst, wie's aussehen, beziehungsweise sammeln und so, ne? Sind so, ne? Pani, die Energie? Warte mal. Die sind da hochgelaufen. Ja, warte mal, ich komm gleich mit, ich will das mal. Über den, auf den Felsen drauf, da. Wurz das, äh, äh, Zeusche aufs Feuer holen. Da. Ich mach noch ein paar Molotow. Ist immer gut. Ja. Cocktail sind immer gut. Also, warte mal, ich muss mir ja erst mal, äh, fragen. Fragen. Das ist auch dein Bahnemann. Ja, der ist hier warm. Mit deinem Schnauzbad, das sieht so süß aus. Ich schau mal die Füße. Oh, ich, das putze ich. Äh, wie, was? Und dann ich nicht, wohl. Unglaublich. Was sind, wo bleiben sie denn? Nimm's jetzt auch mal her. So, warte. Wer kommt woher? Da. Hier, da her. Muss mich erst mal ankleiden. Oh, da ist ein Schildkröte. Ja. Ja, ich müsste jetzt eigentlich optimal gut aussehen. Habt ihr sich versteht? Du siehst doch immer gut aus. Was heißt aber, Job, das hast du aber schön gesagt. Ja, wo? Ja, warte, ich muss, äh, will jemand noch irgendwie essen oder so? Ich hab ja grad was da liegen. Hunger. Nee. Geh noch Hunger. Okay, gut, dann lassen wir's halt ein bisschen schwarz werden, da hält's es länger. Job, pass auf jetzt, ähm. Jetzt tun wir erst mal Bäumefell. Willst du dich nicht erst mal um die Viecher kämmern? Was habt ihr hier? Ach, ne Schildkröte. Äh, wo haben wir die denn? Die sind da oben auf dem Berg, glaube ich. Och, nee, warte mal. Ich geh mal gucken. Ah, da kommen sie, guck mal. Oh, oh. Okay, pass auf. Also zwei von den komischen Popofiechern und da sind noch drei andere Beine. Da. Ach du Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Ja, rein in die Höhegarten. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Geh weg. Oh, ich bleibe nicht. Weg. 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 Mach dich kaputt, war ich dich. Oh, oh. Oh, ich brenne. Gib mir dein Bein. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne immer noch. Aber jetzt. Oh Gott. Ich bin kaputt. Ja, warte. Ja. Äh, wie, wo? Wie, bist du ganz kaputt? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das war ich. Da hab dich jemand aufgegessen. Ach nee. Das ist gar nicht gut. Komm zurück, Jo. Ich bin wieder da. Oh, das ist gut. So, wir ernten erst mal hier das Zeug. Also die Viecher. Ja, das ist auch noch Affekte. Boah. Also man muss sagen, es war ein phänomenaler Kampf. Ja, fand ich ganz klasse. Ähm, ja, juck. Juck, du wirst ein Wind brauchen, oder? Ja. Und wir haben noch eine Schildkreide. So, es tut mir ja leid, aber da. Und wie schau ja aus, wenn du jetzt warten musstest. Ja, ich warte, dass sie wieder rauskommt. Komm, meine Kleide, komm. Komm raus jetzt. Will doch nur spielen. Will ich nicht? Deronimo. Unglaublich. Unglaublich. Da wird es so lange nicht gedauert. Also wer Platz hat, kann den Panzer mal mitnehmen. Ich muss mich mal waschen. Bringt, bringt ja nicht. Ich muss drin rein. Ah, nee, wunderbar. Ich habe mich mal mit Schlammen bedeckt. Jupp, soll ich irgendwie entgegenkommen? Nee, nee, alles gut. Wo bist du denn? Ja, am Flugzeug. Oh, nee. Oh, ja, ich sehe dich. Du brauchst einfach nur gerade ausrennen. Ja, ich weiß. Ja, pass auf. Da machen wir erst mal. Da sammeln wir erst mal alles, um hier weiter vorzubereiten. Beziehungsweise die Frauen, äh, ja. Unglaublich. Wir müssen hier steigen. Nee, was müssen wir eigentlich noch alles sammeln? Ach, du glaubst es nicht. Ganz viele kleine Äste. Und Steine, wa? Und ein paar Holzstämmen noch. Ja gut, das mit Holzstämmen, das, das kriegen wir gleich hin. Ich glaub, die Bäume wachsen auch schon wieder nach. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, ne, könnt ihr natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und was Nettes in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, wenn ihr vielleicht irgendwie Tipps, Tricks und Sonstiges habt, äh, immer gern rein damit in die Kommentare. Ich mag das ja nicht, wenn die Frau so spricht. Ich verstehe zwar absolut kein Wort, aber ich find's toll. Kannst du mich? Ja. Also manche, manche Dinge kann ich ja entziffern. Oder deuten. Aber bei manchen hört's dann auch schon wieder auf. Ich glaub, manches musst du voll nicht verstehen. Ich glaub, das ist manchmal vielleicht besser. Ja. Unglaublich. Ja, okay, hier fehlen noch Hölzer, hier fehlen noch Steine. Gut. Aber es hier auch überhaupt nichts wächst. Ja. Ja. Also das... Was? Oh, nee. Nee, ist aber nur einer. Den schaff ich schon ein. Schrei, wenn du Hilfe brauchst. Schrei einfach um Hilfe. Ich hab hier Wildschweine. Oh, oh, Fuß im Wildschweine. Da, wo ich bin. Du brauchst deinen Korbeln jetzt nicht als Wildsor bezeichnen. Unglaublich, hallo, Herr Job. Ja. Ich brauch unbedingt deine Unterstützung. Die sind ganz gemein zu mir. Warum? Die nennen mich Wildsor. Bist du das nicht? Ja, es ist mein Spitzenabber, aber in anderen Dingen. Ich lass das mal unkommentiert. Scheiße, jetzt hab ich ja kommentiert. Korbin, ich hab ein Geschenk dabei, schau. Wie? Ja, da, auf meiner Schulter hinter dir. Ja, pass auf. Da vorne hab ich auch jemanden mitgebracht. Oh, jetzt wollte ich grad zuhause. Ich mach doch so, weiß nicht. Oh. Job. Ja, Korbin, mach's gut. Boah, irgendwo hinter dir ist auch jemand. Braucht von einer euch noch einen Hasenfell? Oh, hallo, Schätzlein, Junge. Kommst du mal her? Wir wollen nur kuscheln. So, passt auf, ich hab da auch mal noch eine gefunden, die bring ich. Oh, hier gibt's Schildkröten, Unende und Karnickel. Wir können eine Karnickel-Farm aufmachen. Karnickel? Karnickel? Ja, heißen den halt. Oh, ihr seht ja schon, so heißen Fangdingen, sehr bumm, so. Ich hab da mal noch was mitgebracht. Auch hier in Salamanda gibt's auch. So, vielen, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. So, jetzt geht's aber bei Befehl. Pass auf, das wird zu phänomenal. Ich bin jetzt mal gespannt, was du machst. Das wird zu phänomenal. Auf, meine Lieben. Die Jenny ist mit am Start. Jenny, ich grüße dich. Halli, hallo, hallöchen. Wie siehst du denn aus? Ja. Der hat halt ein bisschen Blut so an der Hand. Ja. Achtung, jetzt muss ich mir erstmal das Dynamit nehmen. So. Pass auf, ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Wie weit muss man wegbleiben? Ja, keine Ahnung. Weit. Weit. Hehehe. Ich glaube, der hier ist gut. So. Hehehe. Hehehe. Ich hab schon mal den Erste-Hilfe-Kasten dabei. Warte mal. Ich seh schon, der sprengt sich selber in die Luft. Nee, nee, warte mal. Krieg mal schon hin. Nee, warte. Ich glaube, ich muss das anmachen. In die Höhe. Warte. So, Alter, wir machen das so. Oh, oh. Lauf. Hoppala. Oh, guck mal, wie die Bäume fallen. Oh, guck mal, wie die Bäume fallen. Wow. Ist das nicht toll? Ich hol mal das Wagerl. Ist das nicht toll? Bäume fallen mit Dynamit mal ganz anders. Sehr effektiv. Ja, deswegen. Rauscht doch. Ich hab noch eine Schildgeräte gefunden im Falle. Das brauchen wir irgendwie in der Ende. Wenig. Oh, guck mal. Auf einen Schlag haben wir hier eins, zwei, drei, vier Bäume gefällt. Wow. So, jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen mehr Dynamit. Oh, nee. Ich weiß, wer eins hat. Ähm, äh, wer denn? Ich. Ähm. Oh, eilig. Ich glaube, das ist aus versicherungstechnischen Gründen, ähm, besser so. Das ist, glaube ich, für die ganze Gruppe. Ja, ich pack das ganze Holzmeier her. Da können wir dann eben Schwalter bauen. Was hat denn hier? Ah, da oben. Ja, ich pack, nimm du auch mal einen Wagen mit, dass du ein bisschen mehr holst, glaube ich. Äh, wer hat. Ich komm gleich auch noch mal mit ein. Ähm, Doni. Du musst nur bei ihm jemanden verbringen. Da gibt's das andere Dynamitstückchen noch. Moment. Den Rest gibt's aber dann erst morgen. Na, okay. Wie jetzt auf? Auf Zuteilung oder was? Dankeschön. Oh. Den Rest, den wir halten, wir erstmal noch. Na gut. Aber da liegt auch noch ein Stück Stolz. Bevor noch irgendein Agrater entsteht. So, Job, wo bist du, äh? Ich verteidige gerade unsere Heimat. Hier ist Brom. Ja, weil hier einer reingekommen ist. Unglaublich. Sag mal, Job, was kaufst du nebenbei? Menschenfleisch. Unglaublich. Unglaublich. Lecker. Wenn du da in Zeit da bist, komm mal mit. Ich will dir das mal mit den Bäumefällen zeigen. Ja, Moment, Moment. Ich muss doch erstmal hier. Also, ich bin gerade, ähm. Ja, ich komm gerade zurück. Also, ich steh gerade im Krematorium. Im Krematorium. Hier, jetzt Krematorium. Ja, im Krematorium. An der Lagerstelle, wo man wahrscheinlich auch essen. Ach so. Nein, wie kommst du denn da drauf? Ja, wisch. War nur zum Verdacht. Wolle, ich muss hier vorne erstmal noch ein paar Steinschen dran machen. Ich hab keine Steine mehr. Ja, warte mal. Fünf Steine fehlen mir noch. Fünf verdammte Steine. Aber einen. Und noch einen. 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 Aber. Er ist ruhig. Ja, wir brauchen einen ganzen Steinlager. Unglaublich. Es ist unglaublich. Das mit der Steine ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Die spawnen immer wieder bei uns in der Heimat hier. Ja, das ist gut. Da muss man nicht so weit laufen. Die wachsen nach, oder? Gute Steine. Richtig gute Steine. So war das. Das ist ein Steinpflanzl. He, 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 he. Lanzl. Richtig gleich wieder einen drüber, dass ich die bayerische Sprache, den bayerischen Dialekt wieder runter packe. Nein, das ist doch kein Rundermachen. Das ist doch. Ich kriege dann immer Ärger, wenn ich das mache. Ach so? Von wem? Von wem. Da gibt's schon andere Kandidaten. Viel schlimmer. Glaublich. Können wir die bayerische Sprache nicht kaputt machen? Die ist doch. Oh mei. Ich dachte, jetzt kommt schon die Ische kaputt. Sollen. Wo sollen die? Sind ja sowieso alle kaputt ein bisschen. Was? Hat nicht gesagt. Das hat jetzt wirklich nichts gesagt. Sag mal, Jupp, hast du ja hinten bei uns Licht aufgestellt? Bist du da hinten? Ja, das war ich. Okay. Jetzt. Großen Besuch oder kriegt ihr das hin? Ich bin gerade hochkatapultiert. Oh Gott. Jetzt. Nein, wir haben Besuch. Das mit dem Licht war übrigens ich. Okay, das ist sehr gut, Jupp. Ach, guck mal, eine nackte Frau. Oh, das ging ja schnell. Ach, guck mal, hier ist auch einer. Unglaublich. Schon die meinte, der Matobi, Junge. Unglaublich. Unglaublich, so, da haben wir noch Zahn. Äh. Oh, Jupp, sag mal, was machst du von Geräusch, ne? Ja, das war nicht. Beide angefangen zu brennen, du, das glaubst du gar nicht. Boah. Die brennen wie Zunder, die Viecher. Ah, das glaub ich dir. So, warte, hau mal hier gleich mit rein. Ja, also das Holz erstmal alles schön ranschaffen hier. Du, Jupp. Pass auf. Ja. Er hat den Dach schon wieder den Wagen umgedraht. Das war ich. Komm mal mit, Jupp. Zeig du mal was. Was Phänomenales. Was ist das denn für ein Phänomen? Ich weiß nicht. Pass auf, Jupp. Das ist Bäume für Fortgeschrittene. Nein, den kann man wieder umdrahen. Ja, warte mal. Wo sind wir? Ja, mal die. Ne, warte, wir müssen die Bäume taktisch klug aussuchen. Ja, die stehen so weit weg. Klug. K-A-L-O-K-A. F. Jetzt wird man da. Ich hab Angst, dass es gleich mir ein Baum auf den Kopf fällt. Ja. Das hast du super gemacht, wirst du. Ja. Warte mal. Komm, dass ich? Ne, die stehen nicht so weit auseinander. Ah ja, hier. Jupp. Ja. Wo bist du? Ja, ich bin nicht so schnell. Unglaublich. Pass auf. Also. Man nehme etwas Dynamit. Ja. Pass auf. So wie dieses hier. Mhm. Pass auf, man zünde dieses an. Mhm. So. Ich denke dieses dran und laufe, was das Zeug hält. Hä, was? Laufen? Ja. Aua. Oh, Jupp. Ach doch, weil es fällt da mal was. Oh. Oh. Eins, zwei, drei. Hat doch gut funktioniert. War super. Ja, der war toll, oder? Ja, ein bisschen gezogen im Gesicht. Aber sonst war es schön. Das war es ja. Aber. weggesprengt worden ist. So, jetzt geht's dir gut, Jupp. Du bist ein Stückchen nach hinten geflogen. Ja, nur ein Stückchen. Das stimmt. Naja, du bist aber, ey. Du bist aber ausgestattet. Mensch, du. Ist das ja Wahnsinn. Hab ich sowas so an? Nee, warum nicht? Hä, was hast du denn? Was hab ich denn an? Du bist ja, du hast ja so an. Bade-Mantel an. Ich glaube nicht. Warte mal. Ich hab ja... Besser. Ja, warte, pass auf. Kannst du mitmachen? Bist du ein bisschen voller Blut? Ich immer noch, warte. Warte, was hat man hier? Na, nehmen wir das hier. Das sieht doch ganz schnittig aus. Ja, jetzt sind nur noch deine Hände voller Blut. Unglaublich. So, pass auf. Also, wir brauchen... Warum hat die Frau eine Kettensäge? Unglaublich. So, pass auf. Wir machen jetzt mal noch ein paar Bäumchen. Warum fällt? So. Jetzt geht's los. Pass auf. Tschö, ohnimo. Oh, ohnimo. Oh, bad. Oh, spritt ist einer. Ich muss einmal ein bisschen kaputt machen. Oh, bad. Oh, bad. Oh, bad. Oh, bad. Oh, bad. Oh, bad. wieder wieder ich glaube wir sollten das erst mal nicht so einzeln haben wir ein schön holz bei unserem versteck hier ist ja bei uns bei uns am meisten ja würde ich das heute mal anfangen zu verbauen ja aber wir müssen ja erst mal die mauer bauen er meine ich doch müssen wir nur sagen wo es liegt ob innen oder außen außen linke seite wenn du drauf zu löst ich habe noch ein ich bin noch in die falsche richtung so glücklich bis zum anderen lager unglaublich soll ich den navi kaufen glaube das wird ja helfen glaube ich schnallt alleine um und dann sie geht einfach wieder zurück ja ich gehe langsam voran es wird schon wieder dunkel du kommst voran oder unterwegs der krokodil damit bringen krokodil ist immer gut du machst das mit den steinchen ja ein paar steinchen wunderbar sammelstecke jetzt 199 es ist unglaublich es ist unglaublich ich grüße dich servus und hallo haben wir noch irgendwo holz liegen ja hier ganz okay ich komme mit morgen die hoffnung wenn man den voll macht dass der sich um warte was auf ich meine anzünden hab mir umgedreht wunderbar was denn das ist geschafft in mich gott schätze leid ich habe es bin ich noch nicht ne gut also noch nicht heißt ja irgendwann vielleicht mal ich habe mir fängt ja ein spaß zu machen ja ich will sie hier bleiben weil die frauen werden zutraulischer ich schaue ja mal so ein ding mit rein vielleicht schlafen ich habe es mir besser juli ich kann mir schlafen gehen das ist immer gut der mond ist aufgegangen juli passiv an schnaps genascht nein vielleicht was für mein wein nein weißen dann juli hat das ding hier fernlicht weiß nicht müssen wir einmachen sehr blendlicht nee geht nicht achten schmerz transport Unglaublich. Ja. Lick da. Platz da. Hoop, hoop. Schlagame. Oh. Duut, duut. Links, duut. Unglaublich. Wollen wir wissen, was ich gesehen? Wodern, hängen geblieben. Ja. Ja. Ab durch die Wasserbrille her. Da hat jemand einen Turm hingestellt. Unglaublich. Wo, 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 wo brauchen wir das jetzt am Mais? Ja, also ich brauche ja hinten, war auch schon ein bisschen was. Ja, ist schon wieder was im Weg. Okay, hier steht, ah, hier steht schon ein Holzkanabol. Äh. Hörst mich, wir stöckig hier überall an. Das sind so viele Baumstumpfer, ich weiß nicht, wo die herkommen. Oh, oh, ich hör was. Hier auch mal ist. Unglaublich. Jetzt sagt man doch mal schlafen gehen. Aber dann lass uns das hier noch kurz fix einbauen. Äh. Alter, hallo, bist denn du nicht sauber? Ich hab nicht gesprochen. Huch. Ach, da ist noch einer hinter dir. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ja. Äh, wir haben dezent besucht. Ja, bin schön. Aua, ne. Ähm, Hilfe. Äh. Also, zau auf. Ähm. Wer unterwegs. Ähm. Genau da. Dankeschön. Oh, das war ganz knapp. Sind die denn wenigstens alle dort? Ja. Ja, aber... Ja, sieht so aus. Gott sei Dank. Der Zaun ist komplett dicht, oder? Ja, wir sind hier hinten grad noch am dichtmachen. Äh, 44 Baumstimme stehen bei mir. Oh. Äh, hallo, was ist denn falsch mit euch? Geh weg nicht. Äh, können wir mal einer helfen? Oh, ich bin unterwegs. Oh, aha. Geh weg. Ja, die wollen alle zu unserem neuen Haus. Nicht da. Oh, ich geh weg, ich helfe dir. Geh weg nicht. Sag mal, wie sind denn das? Was soll ich denn heißen? Noch mal kurz Medizin. Die Marie hat geresubbt im vierten Monat und schreibt dazu Hallo. Wollt ihr nur mal Hallo sagen und euch noch viel Spaß wünschen? Werde mich weiter ausruhen. Marie. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt's natürlich für dich das erste, was von Herzen kommt. Und beste Genesungsgrüße von uns am Tisch. Jo. Und rühr dich aus, Kleines. Ja, haben wir ein paar mal jetzt hinten Holz, oder was? Äh, gute Frage. Das war hier. Warte, ich brauche eins. So. Wie viel, ah, wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? 28 Baumstämme. Ja, das sollte doch ein Klacks sein. Äh, Jupp, was los? Geht's dir nicht gut? Hast du wieder zu 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 saucesen? Ja, da hat schon wieder irgendwas genascht. Oder die falschen Pilze gegessen. Ja. Heißt du Pilze gegessen, Jupp? Nein. Doch, heißt du. Wo ist das Krematorium? Unglaublich. Immer der Nase nach. Können wir schnell schlafen gehen, bevor es spät ist. Oder? Du willst auch immer nur schlafen, wa? Ja. Ich dachte, wo schlafen? Schlafen, 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 schlafen. Schlafen, 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 schlafen. Ja, ich schlafen mit den richtigen Leuten macht schön Spaß. Ja, Jupp hat doch was falsches gegessen. Kommt zum Schlafen, Jupp, komm wir hier schlafen. Jupp. 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 Wir machen Haier, Bubu. Ja, aber hier liegt doch noch einer. Ja, dann hol den noch fix. Ja, mach ich doch. Das ist gut. Wollen wir noch Feuer schneiden. Wo ist denn das Problem? Ja, überhaupt kein Problem, Jupp. Wirklich nicht? Nein, nein. Alles gut, alles gut. Alles gut? Ja, na klar. Ja? Na klar. Sicher? Ja. Das ist schön. Wirklich. Das freut mich. Ja, das ist schön, Jupp. Das ist schön, Jupp. Können wir ein paar Knochen überlassen? Ja, ist das möglich? Das ist gut. Das ist gut genug. Dankeschön. Bitte schön. Wir werden dann auch irgendwann mal ein Knochenlager machen. Ist das eigentlich gut? Ja. Ja? Okay. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Aber meine Lieben, wir sagen erstmal in diesem Sinne Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.